wenn du wüsstest was für ein paar wochen auf mich zugekommen ist es ist einfach nur bombastisch ja bleibt unbedingt dran und macht das plus weg damit du nie wieder etwas von mir verpasst hallo ich bin manuela ganzheitliche beraterin schamanin medium und ich erzähle dir auf meinem kanal wie du dein wohlbefinden in deine eigenen hände nimmst also bleibt dran was ist denn ich sage dass der sieben tschager pilz aus sibirien dein leben zum besten verändern kann diese tinktur kennst du nicht und es ist das mittel für dein wohlbefinden entdecke warum dieser unscheinbare bild das auf einer birke wächst eine wahre wunderwaffe ist für dein wohlbefinden und für dein immunsystem seit jahrhunderten wird in sibirien und in lapland der jagatee getrunken der jagatee wird seit jahrhunderten in lapland und in russland als tonikum genutzt und das aus gutem grund denn es steckt voller antioxidantien und ist bekannt dafür das immunsystem zu stärken die körperliche und geistige leistungsfähigkeit zu verbessern und sogar das risiko zu senken egal was du hast dein in deinem solar plexus gegend hast du vielleicht was oder du hast was mit der haut oder du hast sonst irgendwelche sachen dann ist dieser pilz genau das richtige für dich es ist nämlich das wundermittel aus sibirien ja der sieben tschager pilz ist in der schweiz erhältlich und der nahrungsmittel ergänzung ist alles genehmigt von unserem bundesamt und es hat noch ganz viele magische wirkungen also wenn dich das interessiert dann macht das bloß ich spreche mein video damit du nie wieder etwas von mir verpasst der sieben tschager pilz aus sibirien ist besonders wirkungsvoll weil er bei minus 40 grad an der birke wächst und dann direkt geerntet wird und das nach 15 jahren ja du hast richtig gehört dieser pilz muss 15 jahre an der birke wachsen es ist ein vollkommen natürliches mittel ein wundermittel ja das sieben tschager pilz muss bei minus 40 grad wachsen damit er seine heilenden kräfte maximieren kann ja dann machen wir mal so eine tinktur das ist ganz einfach du nimmst ein bisschen wasser und du nimmst ein paar pipetten voll von diesem tschager pilz ich nehme jeden morgen vier solche pipetten 1 2 3 und 4 ja und das ist alles was du brauchst für dein wohlbefinden und deine schönheit ja der tschager pilz hat nämlich auch eine schönheitswirkung für haut haare und augen und nägel also darauf wartest du noch und das trinkst du und der geschmack ist sehr neutral das ist so ein bisschen erdige wissen ja so wie wir sind die rinde ja es ist wirklich ein sehr neutraler geruch und ja wenn dich das interessiert dann schreibt mir ein info in die kommentare und ich schicke dir mehr infos du kannst aber auch gerade den pilz direkt bestellen und zwar mit dem link unten und mit meinem promo code der living harmony und so bekommst du noch 20 prozent rabatt also habe ich dich jetzt neugierig gemacht dann schreib mir und ich freue mich wenn wir uns wiedersehen tschüss